Ni hao meine lieben Reichsverkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars Leute, oh mein Gott, ich habe das gar nicht gesehen und zwar gibt es einen neuen Skin im Mondlichtpiper, der ist gerade erst aufgetaucht und ich habe mir gedacht, wir machen natürlich über jeden Skin immer ein Video, Leute, ihr feiert das deswegen lasst auf jeden Fall gerne schon mal jetzt einen fetten Daumen nach oben falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne den Kanal, hier gibt es jeden Tag ein Video bald gibt es auch wieder jeden Tag ein Stream und Leute, ganz ganz wichtig, wenn ihr euch was gönnt, ihr wisst, ich habe ja aktuell keinen Creator Code mehr gerne im Shop Creator Code Pookie, würde mich sehr freuen und dann würde ich sagen, wir reden nicht lange und gönnen ihn uns ich habe noch nicht gesehen, wie der Skin aussieht tatsächlich, Leute neuer Brawler-Modell, neue Effekte, neue Animationen das ist krass, Leute ja, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben, da schaut das Video unbedingt bis zum Ende an ich bin mega, mega gespannt, das ist jetzt live, Leute ich weiß, wie gesagt, nicht, wie dieser Skin aussieht im Spiel 149 Gems also ist nicht gerade günstig ich würde sagen, let's go so Leute, ich habe endlich nach 100 Jahren ein Game gefunden ey, ich muss so lange suchen der Wahnsinn beziehungsweise, ich habe drei Spiele gespielt aber ich hatte nie, ähm ja, eine Map, wo man Piper spielen konnte und ich will ja meine Mates nicht unnötig Minus geben Tick waren wir hier, denke ich wie gesagt, Leute, schaut das Video gerne bis zum Ende an lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr es jetzt noch nicht getan habt Leon ich würde gerne oh, ich weiß nicht, ob ich Piper kriege oh, Brock Gene sieht gut aus sieht gut, nice, Leute, ich tricke Piper sehr, sehr schön ich hätte vielleicht sogar eher Sprout gespielt na, nö, Piper ist gut Brock macht eh alles auf Brock macht eh alles auf, von daher wäre ich wahrscheinlich Piper schon gut Sprout könnte man ja auch noch spielen und Mortis oh, Mr. P okay sehr, sehr nice ich bin gespannt, wie der Skin aussieht wie gesagt, ich habe den noch nicht gesehen in Game okay, wie denn auch der ist ja erst vor eine Stunde vor zwei Stunden rausgekommen so, 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 so let's go, let's go, let's go ich weiß nicht, ob das geht what way, wie, oha, wie sehen denn die Schüsse aus Leute, das ist so wie Konfetti oder das Konfetti, Leute schreibt mal in den Kommentaren immer noch bester Spieler auf der Welt, Leute er war nie weg haha, let's go ich mache das hier auf damit, ähm, ja meine Bell besser aimen kann Leon's Gadget ist lost, ne meiner Meinung nach aber egal oh, Sniper, Leute haut man ein Hashtag Sniper in den Kommentaren aber ich will Mr. P nicht feed, ne ich glaube, der hatte der hat schon Turret woher hat der den habe ich denn gefeedert ja, aber Leute also Long Range Brawler ich liebe Long Range ich weiß nicht warum aber Long Range Brawler auch wenn ich ihr wisst ja aktuell spiele ich ja nicht so aktiv treffe ich immer noch mega gut, ne oha die Ulti sieht auch mega geil aus dieser Skin ist wirklich mega nice, ne tatsächlich muss ich ehrlich gestehen mit ich weiß jetzt gar nicht wie heißt der auf Deutsch hier Valentinstag Piper mein Lieblings-Skin von Piper nice liegen gecarried sehr sehr schön ersten Game hart dominiert so ich gehe jetzt mal wieder rechts okay das Schedule sieht ein bisschen gebrochen nice ich mach mal hier auf guck na mein mate intel mal mal gucken Rock macht erscheinert nicht auf wie hat der nicht getroffen oh wir haben Lead wir haben Lead passt das nervige ist die haben halt einen Pinguin Station ich würde aufmachen aber oh Gene pullt mich wenn ich aufmache nice Bell sehr sehr schön so perfekt ich habe es aufgemacht und Bell hat Leon hat einen Kühl gemacht yes baby let's go ne er war nie weg let's go ich muss echt sagen wir gucken uns mal den Piper Skin jetzt mal noch mal ganz kurz im Practice Modus genau an wir machen jetzt hier mal anderen wir testen mal den Practice Modus aus aber Leute die Gegner waren jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei also ich bin runtergetroppt weil ich ja heiß spielen musste danke also heiß ist tatsächlich mein Lieblings Bap aber ich weiß nicht ich konnte ihn nicht gewinnen Leute ich habe eine 2er Losing Streak bevor ich hier dieses Gelbe hier aufnehme da bin ich runtergetroppt von Mystisch 3 aber ist nicht dieser Skin sieht halt echt geil aus wir gucken mal die Ulti die konnte ich mir nicht anschauen im Spiel Leute mit so kleinen Hasenbomben wie geil sieht das Gadget auch anders aus glaube ja bin mir jetzt nicht sicher aber ich muss sagen ja der Skin sieht auf jeden Fall mega mega nice aus Leute ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn ja lasst einen Daumen nach oben tragt gerne im Shop Creator Kupuki würde mich sehr freuen ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag macht's gut und ciao ciao